Also, weiter im Text. Trends, Trends, Trends visualisiert. Rainbow ist nicht gleich Rainbow oder doch alles Gabi. Da will ich Ihnen gleich mal ein paar Bilder zum Einstieg hier reinschießen. Gabi ist praktisch Darley Gabi. Das ist praktisch eine Größe aus dem pazifischen Raum. Er lebt jetzt dort China, Australien, bewegt er sich viel, ist auch dort in den Medien aktiv, hat auch viele Bücher geschrieben und er hat sozusagen die Gabi Traders, das Gabi Trading entwickelt. Das ist so ein Stück weit der Ursprung des Rainbows, also dessen, was wir uns jetzt hier anschauen werden. Und da gebe ich Ihnen jetzt ein paar Bilder zum Einstieg. Der Darley Gabi, wie gesagt, eine ganz große Größe und der hat das Momentum, das Momentum Trading sozusagen mehr oder weniger entwickelt auch. Und hier mal ein paar Bilder, vielleicht ein Stück unscharf, das sehen Sie dann im Slide, wenn Sie die PDF zum Beispiel haben wollen, im Nachgang auf jeden Fall nochmal genauer. Es gibt verschiedene Systeme, die hier den Rainbow eben darstellen, kombiniert mit automatischen Handelssystemen und Indikatoren. Es gibt aber auch hier zum Beispiel im kurzfristigen Timeframe eine Option, dass man den Preis ausblendet und nur die multiplen gleitenden Durchschnitte zeigt. Es gibt aber auch hier eine Art Rainbow schon. Sie sehen hier schon dieses Band, dieses Rainbowgebilde. Es ist nicht jedermanns Sache, der Rainbow, aber es ist auf jeden Fall so, dass man hier gewisse Trendableitungen findet. Und es gibt hier sozusagen auch nochmal einen Screenshot von meinem Rainbow, den ich praktisch auch auf dem Desktop, den ich täglich betreue, beziehungsweise auch hin und wieder da die Setups veröffentliche, eben darstelle, wie das sich hier darstellt. Und da haben Sie natürlich die Möglichkeit, hier Trendbewegungen zu visualisieren. Und das hier im Detail sehr schön, ohne Punkte, also ohne Markttechnikpunkte oder Trendlinien, hier mit Einblick zu visualisieren, worum es geht. Und Rainbow und gleitende Durchschnitte, das gehört natürlich zusammen. Das sind hier praktisch zwei Elemente, die sich nicht trennen lassen. Wir haben im Prinzip hier die Tatsache dessen, dass man natürlich gleitende Durchschnitte verbindet. Und es gibt natürlich eine Vielzahl von gleitenden Durchschnitten und deren Arten wiederum. Ich habe Ihnen mal die vier bekanntesten hier dran gepinnt an die Slides. Und da sehen Sie hier relativ einleuchtend, okay, wir haben hier den Thema, den EMA, den SMA, den WMA. Das sind alles gleitende Durchschnitte, die sich hier nur potenziell unterscheiden in Ihrer Berechnung. Grundsätzlich, und das verdeutlicht ja dieses Bild, ist es eine Suppe. Sie sehen sogar sehr schön beim Thema, dass der ja sogar ein Stück versetzbar einsetzbar ist. Also versetzbar einsetzbar ist. Man kann hier Perioden nach vorne und hinten schieben. Erinnern Sie sich an den Ichimoku-Indikator. Das ist praktisch ein Sammelsorium von gleitenden Durchschnitten mit genauso einer Verschiebungsfunktion. Aber per se ist, egal welchen gleitenden Durchschnitt Sie nehmen, die Wellenbewegung dieselbe. Aus der Praxis, die Profis verwenden in der Regel die exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitte, da diese ein Stück weit näher am aktuellen Preisgeschehen dran sind. Also bewegen sich ein Stück weit schneller. Und ich selbst nutze auch die EMAs, um das mal so mit zu transportieren. Aber es ist eigentlich gleich, welche Sie nehmen. Sie können genauso die SMAs oder die gewichteten nehmen. Das ist kein Problem. Wichtig nur, Sie sollten bei einer Art gleitenden Durchschnitte bleiben. Also wenn Sie den Rainbow dann so gestalten, wie wir es gleich sehen werden, also eine multiple Form, also eine ganze Anzahl von gleitenden Durchschnitten, dann sollten Sie nicht mit denen spielen, sondern sollten eben bei einer Periodeneinstellung oder Ausrichtung viel mehr bleiben. Und somit weiter im Text. Wozu gleitende Durchschnitte? Ja, das haben wir so ein Stück weit ja auch schon erarbeitet. Sie sind mehr als nur Trendfolger. Ja, es ist natürlich ein Trendfolgeindikator. Das heißt, so ein kleiner Durchschnitt ist natürlich immer auf x Perioden der Vergangenheit gemünzt. Und je weiter die Perioden sind, desto träger wird der kleine Durchschnitt. Je kürzer. Nehmen Sie ein SMA 10, der reagiert wesentlich schneller als ein SMA 100 zum Beispiel. Dennoch ist es natürlich sehr, sehr einfach und äußerst aussagekräftig in ihrer Effizienz, wenn man auf so einen gleitenden Durchschnitt schaut und eben gerade auf eine Vielzahl gleitender Durchschnitte. Denn man kann auch eben dem, dass man das relativ simpel erkennen kann, wo der Trend steht, auch hier im Einklang mit höheren Zeitebenen und vergangenen Perioden sozusagen versuchen zu erfassen, was in höheren Timeframes abgeht. Also wenn Sie jetzt ein EMA oder SMA 100, 110, 120, auch noch 130 haben in einem Stundenchart zum Beispiel und die laufen eben in einer Richtung parallel, dann kann man sich durchaus auch ableiten, schlussfolgern, dass im H4, also im 4-Stunden-Chart, der Trend wohl auch abwärts gerichtet ist. Aber gerade für den Rainbow und die multiple gleitenden Durchschnitt ist eben das Entscheidende, dass Sie das Momentum mit einem Blick erfassen. Also das Momentum ist nichts anderes, dass Sie hier praktisch eine Trendbewegung sehr schön visualisiert bekommen. Und das innerhalb von einer Sekunde. Sie können praktisch durchaus 100 Charts durchklicken und Sie werden relativ schnell damit durch, weil Sie die Charts nur so durchschieben, wenn Sie auf das Momentum achten. Und Sie können eben mit dem Rainbow die Differenzierung von wirklich starken Trends in einem Blick definieren. Wie sieht das jetzt aus? Ich habe es Ihnen mal hier im Beispiel gegeben mal gezeigt. Wir gehen jetzt nochmal an den Screen direkt ran. Da sehen wir hier sehr schön, dass der gleitende Durchschnitt oder hier natürlich elementar ist. Man sieht hier schon kaum den Preis. Das ist wie gesagt eine persönliche Einstellungsgeschichte. Da muss man ein Stück weit schauen, ob man damit leben, arbeiten kann. Grundsätzlich sehen Sie aber hier mal die Rainbow-Farben und eben die Struktur dessen, dass der Rainbow positiv separiert ist, sagt man. Also Sie sehen, die gleitenden Durchschnitte bauen sich übereinander auf. Hier kippen sie mal zusammen. Hier könnte man vielleicht eine Trendumkehr erwarten. Ist aber nicht der Fall, sondern er fächert sich wieder auf. Und positives Momentum ist, wenn der Rainbow sich sozusagen separiert nach oben positiv, dann haben wir starkes Bullenmomentum. Wenn er wieder zusammenklappt, dann schwächt sich der Trend ab. Und genauso geht das hin und her. Und wenn der Trend auch beispielsweise kippt, dann sieht man, dass der ganze Rainbow dreht und sozusagen auch die Farben nach unten kippen. Und sozusagen der Trend, und das können Sie relativ schnell visualisieren, dann eben kippt. Und Sie sehen auch hier, die Trendbewegung beispielsweise läuft nach oben. Dann gibt es den Spike nach unten. Hier sind ganz viele Stops abgeholt worden. Hier sind ganz viele Marktteilnehmer aufgrund des neuen Periodentiefs. Hier tief, tief, tief und hier neues Tief. Da ist keiner mehr Long ausgerichtet. Aber, obacht, jetzt kommen die Farben ins Spiel, meine lieben Zuschauer. Wir haben hier verschiedene Farben. Und Sie sehen, dass die türkisblauen und teilweise auch noch die grünen Linien immer noch positiv separiert sind. Und das ist jetzt der Punkt der Farben. Sie sehen es ja hier oben schon. Denn die einzelnen Farben, das Prinzip des Rainbows, steht für unterschiedliche Händlergruppen. Ja, also das ist so aufgebaut, die Idee stammt vom Darley Gabby und hat sich, wie gesagt, in den angelsächsisch-amerikanischen Raum transportiert. Der Rainbow übrigens selber schon Ende der 90er in den Foren in UK durchaus populär. Hier in Deutschland tatsächlich erst durch Lars Gottwig, dem COO und Mitbegründer von JFD Brokers, hier eingeführt. Denn er selbst hatte ja auch einen Premium-Service bei Godmore Trader früher und hat selbst ja über mehrere Jahre diesen Rainbow mit einem Privataccount gehandelt. Und er hat davon gelebt. Also es ist nicht von ungefähr, was ich Ihnen hier erzähle, aus meiner Erfahrung, sondern der Rainbow hat schon eine längere Geschichte. Das Trendmomentum hat eine längere Geschichte. Und der Erfolg dessen, dass wenn man Trends sauber identifiziert und handelt und er erfolgreich damit sein kann, ist nicht von ungefähr. Gehen wir aber zu den Händlergruppen jetzt mal wirklich ins Detail. Sie sehen im Prinzip die unterschiedlichen Farben und die stehen im Prinzip eben für die Ausrichtung, für die Trade-Ziele einer Händlergruppe. Ja, und da fangen wir mal hier oben rot-gelb. Das sind die kurzfristigen Trader. Das ist natürlich, wie ich vorhin schon sagte, so ein EMA 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Das sind eben die engen, gleitenden Durchschnitte. Die bewegen sich natürlich mit dem Preis wesentlich schneller. Aber das sind die kurzfristig ausgerichteten Händler. Dann gibt es grün in der Mitte, mittelfristig ausgerichtet und blau sozusagen die trägen, längerfristig ausgerichteten Händler, die auch mehr Zeit, weitere Stops, teilweise auch größeres Geld haben, um hier sozusagen Trendbewegungen massiver mitzunehmen. Und der Witz am Rainbow oder die Idee ist eben die, dass man hier so eine Art Lemming-Effekt, man sucht eine Tendenz, wo alle in die gleiche Richtung blasen. Und wir als Trader, als, sage ich mal, kleine Trader, haben es natürlich mit einem Konglomat von Banken, Handelsabteilungen, Family Office, institutionellen Hedgefonds und, und, und zu tun. Gegen die will ich mich ja nicht stellen. Vielmehr will ich sehen, in welche Richtung das große Geld eben geht oder das Kapital sich gerade bewegt im Sinne eines Momentums. Und wenn ich das natürlich hier an der Hand des Rainbows so sehe, dann gefällt mir das. Und dann möchte ich natürlich mit diesen Händlergruppen arbeiten und gehe natürlich mit dem Trend. Also es ist eine reine Trendfolgegeschichte. Und wenn die alle in eine Richtung blasen, die Händler, dann will ich da mitfliegen mit der Geschichte. Weil, jetzt kommt es, wie eingangs gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend sich eben fortsetzt, in dem Moment einer Trendbewegung, ist viel höher, als dass er sich, wenn Sie hier einsteigen, eben umkehrt. Das ist das Entscheidende. Und dennoch muss man natürlich teilweise mehrere Versuche starten, je nachdem, wie Sie Ihr Riske- und Management setzen. Aber wenn Sie eine gute Trend-Entry dann haben, dann können Sie eben ein Vielfaches Ihres Risikos verdienen. Und wenn Sie dann vorher drei, vier Mal ausgestopft worden sind, beispielsweise, ist das kein Problem. Sie müssen eben auch nur die Kunst der Trendbewegung oder die Trendbewegung dann auch mitzunehmen, sozusagen erfassen. Aber ich denke, mit den Farben sind wir jetzt durch. Das ist eigentlich relativ simpel, das Prinzip dahinter. Das ist völlig einleuchtend in meinen Augen und eben visualisiert durch die Trendbewegung. Ich zeige Ihnen noch ein anderes Chartbild, was, wenn ich jetzt von der Thematik sprach, dass Sie mit einem Blick Trendbewegung erhaschen können. Dann ist das hier mal ein exemplarisches Beispiel. Links hier der Chart von eben. Das ist ein positives Momentum. Und rechts, das ist ein Spinning Girl, so hat es der Lars damals genannt. Das ist hier Ping-Pong. Das ist vielleicht von Range-Trader interessant, der die Hoch- und Tiefpunkte sucht, vielleicht mit einem Oszillator noch versucht, immer Umkehrpunkte im Chart zu erwischen. Aber grundsätzlich ist das für mich völlig uninteressant. Da brauche ich nicht groß mit Trendlinien oder irgendwas anderen herkommen, sondern ich sehe mit einem Blick, der Rainbow spinnt, der hat keine klare Trendrichtung, ist für mich völlig uninteressant. Und das heißt, man fokussiert sich nur auf die elementaren Trends. Und wenn man die im Prinzip sieht und so halt vor sich hat, dann lohnt es, hier einzusteigen. Hier kann man davon ausgehen, dass das eine schwierige Situation ist. Und Trend folgend wird man hier nur verlieren. Sie wissen das, in Seitwärtsmärkten mit einem Trendfolgeprinzip per se zum Scheitern verurteilt. Da werden viele Konten platt gemacht in so einer Situation, wenn man hier eben nicht definieren kann, wann ist ein Trendmarkt vorhanden, wenn ich Trendfolger bin und wann nicht. Deswegen elementar, wir müssen uns bewusst sein, wann ein Trend wird und wann nicht. Fahren wir mal weiter fort mit den Slides als solches. Was ist denn überhaupt der Rainbow? Und da zeige ich Ihnen jetzt mal hier so ein Stück weit natürlich die Selektion an der Folie, wie der Rainbow sozusagen aufgebaut ist, wie er sich gestaltet. Und da sehen wir im Prinzip den klassischen Full Rainbow, wie Sie ihn auch in verschiedenen Chart-Tools vom Tele-Trader, Trade-Signal oder auch eben Guidance finden. Das ist praktisch eine ganz klassische Full Rainbow-Einstellung und die arbeitet mit 20 gleitenden Durchschnitten. Da sehen Sie es, es geht am EMA 9 los, in 3er-Abschnitten bis zum EMA 30. Und dann ab dem EMA 30 dann in 5er-Abständen bis zum EMA 35 entsprechend bis zum EMA 90. Und dann gibt es sozusagen hier beim klassischen Full Rainbow die finale Centerline. Das ist dann der EMA 100. Und das ist im Prinzip das Geheimnis der Periodeneinstellung vom Rainbow, der klassischen Natur. Dazu haben wir noch den Lazy-Bow. Wie Sie sehen, das ist ein gleitender Durchschnitt, der sich hier, oder gleitende Durchschnitte, die sich hier mit vier Linien sozusagen zufrieden geben. Auch funktional. Den Lazy-Bow hat übrigens der Lars Gottwig auch sozusagen eingeführt vor dem Hintergrund, dass eben bei Marktteilnehmern, die mit dem Full Rainbow nicht arbeiten können, dennoch hier das Trendfolgeprinzip nutzen können. Und der funktioniert nach demselben Prinzip zwar nicht so klar mit den einzelnen Händlergruppen, aber aufgrund der trägen Perioden sieht man, wenn diese schön separieren, dass man zumindest in einem intakten Trend ist, ohne Linien anzulegen oder irgendwelche Hoch- und Tiefpunkte zu zählen, lässt sich es eben damit gut visualisieren. Der klassische Rainbow nach Dali Gabi, der besaß oder besaß ursprünglich nur zwölf gleitende Durchschnitte. Der hatte nur zwischen kurzfristigen Händlern und Investoren unterschieden. Und da sehen Sie auch hier an den Slides, ja, welche EMA-Einstellung Sie im Prinzip nehmen, ist eigentlich völlig Wurst. Mit Verlaub ist es völlig egal. Wichtig ist nur, dass Sie verschiedene Periodenabstände haben, mal ein Stück enger, mal ein Stück weiter und schon haben Sie einen Rainbow. Der modifizierte Rainbow, auch wie ich ihn nutze, wenngleich der sozusagen jetzt nicht ganze 60 GDs mehr hat, aber der ursprüngliche vom Dali Gabi mit seinen Gabi-Tradings, Sie kennen auch die Guppifische sozusagen, die immer im Schwarm sozusagen hin und her Driften. Auf seinen Namen abgeleitet passt das alles ganz gut. Der startet beim EMA-2 und geht bis zum EMA-200. Ja, das war das, was wir vorhin kurz gesehen haben, eine riesen Fächer an kleidenden Durchschnitten. Da geht es einfach nur darum, dass er im Prinzip noch detaillierter sehen will, was machen die kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Händler in ihrer Aktivität.